Jolan Trun, willkommen zu einem weiteren spannenden Tag in unserer Galaxis und willkommen zu einem weiteren Wunschvideo, denn mehrere Zuschauer haben sich gewünscht, dass ich einmal über die Bajoranische Fraktion rede und das mache ich auch heute. Bevor ich das aber tue, noch einmal der kleine Hinweis, wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, aber meine Videos magst, abonniere meinen Kanal doch bitte und wenn du das tust, klick auch die kleine Glocke und alle Benachrichtigungen, damit du erfährst, wenn ein neues Video rauskommt. Und jetzt schauen wir uns mal die Bajoranische Fraktion an, die ist natürlich da, wo auch die anderen Fraktionen sitzen und dort wirst du sie vielleicht ein bisschen früher sehen, die gute Kira, aber da wird er noch stehen, schau später nochmal vorbei, denn um diese Fraktion dann auch nutzen zu können, musst du einmal Ops 35 erreicht haben, also yay, ich rede mal über was, was nicht erst Ops 40 ist, aber Ops 35 und du musst eine von zwei Missionen erfüllen. Die eine, ich habe den Titel jetzt nur auf Englisch, die eine heißt One Man's Villain Part 5, also der Bösewicht eines Mannes Teil 5 oder sowas und Dr. Taylor Soldier Spy Part 5, also Dr. Schneider Soldat Spion Teil 5 und die gab es in der Geschenkesektion, wenn man Ops 35 war. Also wenn du 35 wirst, Ops mäßig meine ich, dann schau in die Geschenkesektion und wenn du es da nicht findest, schau nochmal im Holodeck, das ist manchmal ein bisschen durcheinander. Aber auf jeden Fall, wenn du diese Mission Teil 5 von einer der beiden erfüllt hast, wird dieser Shop hier freigeschaltet. Und der funktioniert so ähnlich wie auch die Abtrünningen und die Augments. Du kannst nur positiven Ruf aufbauen, du kannst also keinen Ruf verlieren. Aber alles, was du in dieser Sektion findest, hängt davon ab, dass du auch diesen Ruf ausbaust, denn erst dann kannst du weitere Schritte gehen, wirst du weitere Teile finden. Und ich kann dir heute dann tatsächlich nur zeigen, was ich in meinem Bajoranischen Shop habe, auf dem Level, auf dem ich bin. Und wenn du das Level anklickst, siehst du, ich bin Widersteher. Das geht von 2 Millionen bis 5 Millionen Punkten. Ich habe jetzt noch ein paar Tage, bis ich dann zum Auserwählten werde. Übrigens, wenn du das I da oben drückst, kriegst du nochmal eine Übersicht über Fraktionen. Und wenn du dieses Fähnchen da drückst, kannst du eine Übersicht kriegen, wie du jetzt bei allen Fraktionen stehst übrigens. Da kannst du auch sehen, dass ich gerade auf den letzten Zügen bin für meinen Dreifach-Log bei den Romulanern. Auf jeden Fall wirst du hier am Anfang nicht ganz so viel sehen, wie du jetzt bei mir siehst. Aber du wirst sehen, dass da, wo ich die Defiant-Verstärkt-Einforderungen jetzt habe, da wirst du, wenn ich mich noch ganz richtig erinnere, dann die Teile für die Defiant sehen. Das ist manchmal so ein bisschen mit den Videos, wenn ich über Sachen von frühen Levels rede, dass ich wirklich fünfmal nachdenken muss, weil das dann schon verdammt lange her ist. Ich spiele jetzt auf diesem Server zwei Jahre. Und viele Sachen, über die ich spreche, liegen sehr weit zurück. Aber ich habe manche Sachen halt schon dreimal gemacht. Die Bajorana allerdings nicht. Die sind erst eingeführt worden, als ich auf diesem Server war. Das habe ich halt auch erst alles einmal durchgemacht. Aber wie gesagt, wo die Defiant-Verstärkt-Einforderung jetzt ist, müsstest du Defiant-Teile finden. Und dann gibt es später die entsprechenden Panzerungsteile und Plasmateilchen, die du brauchst, um die Defiant abzugraden. Und wenn du die Defiant hast, kriegst du je nach Level der Defiant eben diese Einforderungen jeden Tag. Und da kriegst du Bajoranische Abzeichen, die du für bestimmte Sachen hier eintauschen kannst. Und Bajoranische Credits, die man für andere Sachen braucht. Die bekommst du dann jeden Tag sozusagen als Geschenk. Die Menge hängt, wie gesagt, von dem Level deiner Defiant ab. Außerdem bekommst du hier noch entfernende Verstärker. Das sind die, die du brauchst, um die Fähigkeit der Defiant dann zu aktivieren. Da gibt es halt ein Limit. Und da bin ich drüber, weil ich die Fähigkeit jetzt nicht so oft benutze. Aber die kriegst du jedenfalls auch über diesen Shop. Und dann bekommst du hier auch Subraum-Emitter im Austausch gegen, die gab es auch im Austausch gegen Bajoranische Abzeichen. Die brauchst du wiederum für die Bajoranische Forschung. Dann gibt es hier Richtlinien. Die brauchst du für die Dominion Solo Armadas. Und dann gibt es eben die Rufförderung. Wie viel du vom Ruf hier bekommst, hängt davon ab, auf welchem Level du schon bist. Aber auch einmal am Tag kannst du bis zu drei Kisten Ruf eintauschen gegen wieder diese Bajoranischen Abzeichen, um deinen Ruf zu steigern. Deswegen sag dir, ich brauche noch ein paar Tage. Ich bekomme, glaube ich, 68.000 bei vollem Umtausch. Und dann kannst du selber ausrechnen, weil ich die 282.000 dann fertig habe. Dann gibt es einen Creditaustausch. Da kannst du Abzeichen gegen Credits tauschen. Dann gibt es zwei Materialumtauschgeschichten. Wie gesagt, alles immer rufabhängig. Du wirst halt immer mehr davon, von dem, was ich dir zeige, sehen, je höher dein Ruf steigt. Diese Material-Credit-Einforderung bedeutet, hier kannst du Kisten eintauschen für Bajoranische Credits. Und das andere ist eben nochmal ein Umtausch gegen diese Diplomatie-Token. Und die bekommst du wieder durch die Dominion Einzelarmadas. Aber auch hier kannst du dann Material eintauschen. Bei beiden ist das alles Chance. Das heißt, du musst halt schauen, wie viel Glück du in diesem Glücksspiel hast. Aber da kannst du auch bis zu drei Container tauschen. Ich tausche immer nur zwei, weil die drei erstens extrem teuer sind im Vergleich. Und zweitens, wenn ich drei eingetauscht habe, habe ich nicht wirklich was Besseres gekriegt als bei zwei. Deswegen tausche ich bei beiden, sowohl bei dem hier als auch bei dem Credit-Umtausch, immer zwei Container um jeden Tag. Weil die drei haben mir noch nie wirklich was gebracht. Und dann hast du hier eben außerdem noch die Umtauschgeschichten für deine Armada-Credits aus den verschiedenen Armadas. Einmal den ungewöhnlichen Beutetausch für die ungewöhnlichen Armada-Credits. Da bekommst du halt Diplomatie-Token, Credits, Eigenschafts-EPs und Rekrutierungstoken und seltene Armada-Direktiven kriegst du garantiert. Und dann sind da noch mehrere Sachen drin, die du nur eine Chance hast und das sind Teile für Schiffe. Diese Schiffsteile brauchst du ja, um Schiffe abzugraden. Das gleiche gibt es dann natürlich auch nochmal für seltene Armadas. Es gibt ja ungewöhnliche seltene und epische. Das hast du in meinem Dominion Armada-Video vielleicht gesehen. Da bekommst du dann garantiert Diplomatie-Token Bajoranische Credits und epische Richtlinien und hast eine Chance auf zwei verschiedene Offiziere, nämlich Wechselball, Kira und Malzobrine und auch hier Chance auf Schiffsteile, die du zum Upgraden der Schiffe brauchst. Dann gibt es den epischen Beuteaustausch. Hier hast du garantiert Diplomatie-Tokens und Bajoranische Credits und du hast eine Chance auf Transporter-Musterpuffer, auf Benjamin-Sisco-Teile und dann wieder auf verschiedene Schiffsteile. Welche du hier findest, auch bei dem Material und bei den Schiffsteilen, hat mit deinem Ops-Level zu tun. Da wirst du möglicherweise andere Sachen sehen, als ich die jetzt sehe. Und dann gibt es zusätzlich noch diesen Elite-Beuteaustausch. Da kannst du diese Vorherrschafts-Armada-Edikte eintauschen. Die bekommst du, wenn du Einzelarmadas machst und die Zahl davon, wie viel du bekommst, kannst du erhöhen, indem du bei den Einzelarmadas die Define mit einsetzt. Und hier bekommst du dann garantiert Bajoranische Credits und Diplomatie-Tokens. Aber du hast eben auch noch eine Chance auf verschiedene Armada-Richtlinien, aber eben auch auf Cisco wechselbar Kira mal so Brian und wieder Schiffsteile für deinen Schiffs-Upgrade. Und Edikte brauche ich wieder neue. Ich habe nicht mehr genug zum Umtauschen. Dann, und wie gesagt, immer abhängig vom Ruf, den du hast, gibt es dann auch Subraum-Superleiter. Die sind für dann den Ausbau der Allianz-Sternenbasis da. Ich wollte schon Allianz-Starbase sagen. Dann gibt es Montagekredite. Die brauchst du für Forschung in der Starbase-Forschung. Und dann gibt es hier nochmal zusätzlich zu den ganzen Offizierteilen aus den Armadas noch eine Offiziersrekrutierung. Und hier sind dann wieder die drei Offiziere mal so Brian Wechselbar, Kira und Benjamin Cisco drin. Bei allen hast du nur eine Chance von 1 bis 5 Teilen. Da musst du halt ein bisschen Glück haben, um Teile zu bekommen. Dann gibt es Reisetoken. Es gibt 4-Sterne-Token und 5-Sterne-Token, denn im Dominion-Raum gibt es ja auch Token-Gebiete. Das heißt, du kannst da nur reinfliegen, wenn du so ein Token hast. Dort kann man dann entweder G4 oder G5 Erz, Kristall und Gas abbauen. Und die Zugangstoken kriegst du eben hier einmal 4-Sterne, einmal 5-Sterne. Auch levelabhängig natürlich. Aber die bekommst du hier rüber. Dann gibt es hier Kugelsplitter. Die brauchst du, um verschiedene Fähigkeiten bei Schiffen zu aktivieren, wenn du sie dann hast, wie zum Beispiel die automatische Verteidigung der Horizon oder eben die automatische Verteidigung der Antares und so weiter. Die Teile dafür kannst du nämlich hier über den Bajoranischen Shop ebenfalls freischalten. Genauso wie die automatische Verteidigung für die Hydra, die Vortavor und die Bichor. Das ist das, was ich bisher sehe. Und dann gibt es halt auch immer wieder Sachen, die wirst du schon sehen, aber nicht benutzen können, wie ich diesen neuen Avatar. Der wird dann bei Außerwählter Prophet freigeschaltet, wenn ich die 280.000 da fertig habe. Dann kann ich mir den auch holen, wenn ich ihn haben will. Aber das wird dir halt, wenn du auf niedrigeren Level noch bist, öfter begegnen, dass du siehst, freigeschaltet bei. Und dann gibt es, wie in der Sektion 31 und bei den Xbox, da kennst du das auch, diese Gefallen, die einen bestimmten Bonus bringen oder Gefälligkeiten. Du siehst, wenn du hier unter Bajoraner Gefälligkeiten oben rechts auf den Pfeil klickst, wird es einmal aufgemacht und dann siehst du die Liste von allem, was du bekommen kannst. Und da kannst du auch nachsehen, wie viel das noch werden kann. Indem du auf diese kleinen I's drückst, da siehst du, wie viel Level es gibt und was der maximale Bonus ist. Und die sind alle eben auch hier drin. Und die kosten entweder Bajoranische Credits oder Diplomatie Token, um die entweder freizuschalten oder auch hochzuleveln. Du siehst, für Kiras Wut Level 5 brauche ich 2.900 Diplomatie Token. Für den gesetzlosen Vorteil Level 2 brauche ich 3.600 Bajoranische Credits. Das meiste braucht bei mir jetzt Diplomatie Token. Deswegen fehlen mir da einige. Und du siehst auch, es gibt auch da immer wieder Stufen, wo es dann aufhört, bis du den Ruf wieder verbessert hast. Die Materialhandelsroute kann ich erst auf Level 5 bringen, wenn ich bei Außerwilder Prophet bin. Und die will ich auf jeden Fall hochgraden, weil da geht es nämlich um Materialeffizienz beim Stationenbau. Den Level 5 brauche ich ganz dringend, sobald ich meinen Ruf da fertig habe. Und das geht dann so weiter durch die ganzen Fähigkeiten. Die gehe ich jetzt nicht aufs Einzelne ein, aber du siehst die Gefälligkeiten, die es gibt. Ja, alle hier. Die verschwinden da links, wenn du sie auf Maximum hast. Und du siehst, ich habe schon einige auf Maximum. Und deswegen ist diese Übersicht halt ganz gut, dann aufzumachen, was es so alles gibt. Die wirst du mit der Zeit alle in deinem Fraktionsshop sehen, wenn du an deinem Bajoranischen Ruf arbeitest. Und die sind, wie gesagt, auch sehr hilfreich. Es gibt Sachen, habe ich noch nicht gemacht, wie die automatisierte Verteidigung für Antares und so weiter und auch Bajor. Da habe ich jetzt die Finger von gelassen, weil ich für die Diplomatie-Token und die Credits bessere Verwendung habe. Aber wie gesagt, es gibt einige interessante Sachen, gerade der Materialumtausch ist etwas, was ich regelmäßig nutze. Wenn du dann da angekommen bist, wirst du das auch wollen. Die Richtlinien hole ich mir regelmäßig und auch die Defined-Teile, um die Defined weiter abzugraden. Das sind so die wichtigsten Dinge für mich. Dir wird es erst wichtig sein, die Defined zu kriegen. Und wenn du dann die Defined hast, wirst du sie auch upgraden wollen. Ich kann dir nur raten, von Anfang an am Ruf zu arbeiten. Ich habe die Bajorana zwischendurch vernachlässigt. Ich sage ja immer, man muss priorisieren. Aber ich habe sie für meinen Geschmack zu lange vernachlässigt. Sonst wäre ich schon lange beim maximalen Ruf. Aber ich muss im Moment halt daran arbeiten, weil ich es eine ganze Weile vernachlässigt habe. Also wenn du bei 35 bist, schau, dass du jetzt nicht jeden Tag, aber schon regelmäßig an den Bajoranern arbeiten kannst, dass du deine Einzelarmaders machst, sobald du es kannst. Und dann auch wirklich an dem Ruf arbeitest, damit du auch wirklich dir die Gefälligkeiten holen kannst auf Dauer und so weiter, weil die schon sehr hilfreich sind. Mach es nicht wie ich. Ich habe es zu lange vernachlässigt. Und dann musste ich irgendwann einmal wieder Gas geben. Aber ich nutze diese Fraktion hier gerne und muss auch sagen, dass da einiges Hilfreiches drin ist. Und ich hoffe, dass ich zu denen, für die, die sich die Videos gewünscht haben, jetzt den Überblick bringen konnte, der gewünscht war. Wenn du noch was zu den Bajoranern hinzufügen möchtest, immer gerne. Aber auch wenn du ganz allgemein Fragen hast oder Video-Wünsche, du weißt, ich lese die Kommentare regelmäßig. Und wenn du jetzt noch ein weiteres Video sehen willst, ist das nächste hier im Endscreen. Ich sehe dich dann da. I'll be back.